Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Menschen an falsche Informationen glauben, auch wenn sie oft weit hergeholt sind und manchmal sogar völlig absurd gingen? Johanna Taufner hat sich diese Frage nicht nur gestellt, sie hat dazu auch gleich Antworten gesucht und gefunden. Im nun folgenden Video Manipulationsstrategien und Medienkompetenz erklärt uns Johanna Taufner, wie psychologische Phänomene dazu beitragen, dass wir Lügen Glauben schenken. Und sie macht klar, dass Reflexion und Wissen über diese psychologischen Phänomene entscheidend sind, um Fake News und Desinformation zu erkennen und zu entgegnen. Im Video 2 Fake News habe ich bereits einige Aspekte vorgestellt, die dazu führen, warum sich Desinformationen und Hass im Netz so schnell und so weitreichend verbreiten. In diesem Video gehe ich darauf ein, warum Menschen Desinformationen so leicht Glauben schenken. Hierzu ein Beispiel. Seit 2020 verbreiten sich auf TikTok und Facebook Videos, in denen junge Frauen Schwangerschaftstests der Marke Clearblue auseinandernehmen und eine Pille darin entdecken. Diese Pille ist dafür gedacht, den Test trocken zu halten, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Aber in diesen Videos wird das Gerücht verbreitet, dass es sich um eine Pille danach oder eine Plan-B-Pille handelt und sie eine Schwangerschaft verhindern kann. Das hat zur Folge, dass junge Mädchen diese Pille schlucken. Das Faktencheckportal Korrektiv hat diesen Mythos mittlerweile entlarvt. Aber offen bleibt die Frage, warum schenken Menschen Falschinformationen und Desinformationen Glauben, auch wenn sie sehr weit hergeholt unabsurd klingen? Und warum sind sie so widerstandsfähig, dass sie sich, obwohl sie als falsch debunkt wurden, dennoch weiter verbreiten? Um dies zu verstehen, ist es sinnvoll, sich der menschlichen Psychologie und den Phänomenen des Wiederholungseffekts und der kognitiven Verzerrung zu widmen. Was ist also der Wiederholungseffekt oder der Mere-Exposure-Effekt? Der Mere-Exposure-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, das sich nach Inoue et al. auf die Häufigkeit der Darbietung von bestimmten Inhalten, Bildern, Reizen und anderes im Allgemeinen bezieht. Wenn ich etwas häufig, also immer wieder und wieder vorgesetzt bekomme, beginne ich es positiver zu bewerten, auch wenn ich es am Anfang vielleicht gar nicht so gut fand. Wir kennen das alle zum Beispiel aus der Musik. Wenn ich ein Lied zum ersten Mal höre, kann es sein, dass es mir gar nicht so gut gefällt, aber nachdem ich es hundertmal im Radio immer wieder gehört habe, wird es zu meinem Sommerhit. Das ist der Mere-Exposure-Effekt. Diesen Effekt nützen Menschen, die Desinformationen verbreiten, indem sie eine Botschaft, zum Beispiel eine Lüge wie Angela Merkel, lässt sich mit einem Terroristen fotografieren, immer wieder und wieder verbreiten und dafür auch verschiedene Accounts auf verschiedenen sozialen Medien, wie zum Beispiel Instagram, YouTube, Telegram, TikTok usw. verwenden. Dadurch, dass Menschen dann mit derselben Botschaft immer wieder und wieder konfrontiert werden, kann es sein, dass sie beginnen, dieser Lüge Glauben zu schenken. Neben dem Wiederholungseffekt ist aber auch Wissen über die kognitive Verzerrung, ein sogenannter Bias, zentral im Verständnis, warum Menschen Desinformationen anheimfallen können. Ein Bias ist eine systematische, fehlerhafte und unbewusste Neigung, wie Menschen Informationen wahrnehmen, wie sie sie einordnen, wie sie sie bewerten, sich an sie erinnern können usw. Es gibt sehr viele verschiedene Arten, ich stelle heute vier vor. Erstens, der Gender- bzw. Racial-Bias. Kathleen Clerkin erzählt in ihrem Buch Beyond Bias eine sehr anschauliche Anekdote, die das Phänomen des Gender-Bias beschreibt. Ben Bars war ein amerikanischer Neurobiologe an der Stanford-Universität und bekannt für seine Forschungen zu Gliazellen im Nervensystem. Laut The Wall Street Journal gab er ein Seminar Ende der 1990er Jahre über einige seiner neuesten Forschungsergebnisse. Im Anschluss an die Präsentation erzählte ihm ein Freund dann, dass ein zuhörender Wissenschaftler den Vortrag kommentiert hatte und meinte, wie beeindruckend es war und wie Ben Bars Arbeit viel besser als die seiner Schwester ist. Das Interessante ist, dass Bars gar keine Schwester hatte, die in der Wissenschaft tätig war. Aber Bars war ein Transmann. Tatsächlich hatte er dieselbe Forschung, die er präsentiert hatte, durchgeführt, während er als Barbara bekannt war. Gender-Bias beschreibt somit die Vorurteile, die Personen gegenüber einer bestimmten Person oder auch Gruppe aufgrund ihres Geschlechts hat. Racial-Bias wiederum beschreibt Vorurteile, die Menschen gegenüber Personen oder Gruppen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion haben. Zweitens, der Bestätigungsfehler bzw. der Confirmation-Bias. Confirmation bedeutet hier Bestätigung und zwar der eigenen Ansichten. Der Confirmation-Bias ist eine Neigung, die unser Denken und wie wir Informationen bewerten beeinflusst. Er verursacht, Mercier zufolge, dass Menschen dazu tendieren, Argumente zu finden, die ihre bereits existierenden Ansichten bestätigen und diese Argumente viel eher aufnehmen, sich an sie viel besser erinnern können und ihnen gegenüber viel unkritischer sind als Argumente, die ihre Ansichten widerlegen. Drittens, der Mitläufer-Innen-Effekt oder auch der Bandwagon-Effekt genannt. Der Mitläufer-Effekt oder auch Bandwagon-Effekt beschreibt nach Koschnik die kognitive Neigung, Informationen eher zu glauben, wenn sie von der Mehrheit der Gruppe ebenfalls geglaubt werden. Diese Neigung kann in bestimmten Kontexten wie zum Beispiel in WhatsApp- oder Telegram-Gruppen verstärkt werden, in denen es keine Meinungsvielfalt gibt, sondern tendenziell Personen mit ähnlichen Ansichten sich versammeln. Viertens, der blinde Flag-Bias oder der Blind-Spot-Bias. Ein anderer Bias ist der Blind-Spot-Bias oder auch blinde Flag-Bias genannt. Der beschreibt, dass es Personen viel schwieriger fällt, ihre eigenen blinden Flecken, ihre eigenen Bias wahrzunehmen, sie aber einen Bias bei anderen Personen viel leichter erkennen. Also man denkt von sich selber immer, dass man viel objektiver ist als die anderen. In diesem Video habe ich Ihnen eine Auswahl an psychologischen Phänomenen vorgestellt, die dazu führen können, dass Menschen Desinformationen anheimfallen. Abschließend kann gesagt werden, dass im Erkennen und Bekämpfen von der Verbreitung von Desinformation und Hass im Netz es wichtig ist, sich über den Wiederholungseffekt und Formen von Bias Gedanken zu machen, weil das Wissen und die Reflexion darüber bereits helfen können, nicht auf diese Lügen reinzufallen. Vielen Dank. Vielen Dank.